Lord Abaddon Theme Und der sagt Auf die Knie Unterwürf dich Abaddon Bitch Ja Ich liebe dieses Lied Es tut mir leid Es tut mir echt leid Ich finde auch Lord Abaddon ist auch echt cool Ist ein Also so in seinen Videos Kann man ja Ich kenne ihn ja nicht persönlich Muss man ja dazu sagen Ich finde ihn persönlich sehr sympathisch In seinen Videos Naja Außer dass er nicht sonderlich gut singen kann Aber ich kann auch nicht sonderlich gut singen Es ist halt so Kann man halt nichts gegen machen Aber wenn man halt Spaß daran hat Vor allem wenn man so im Hintergrund Musik laufen hat Dann ist das immer ganz toll So Ja gut Machen wir lieber das hier weg Waypoint At Mine Gut Die Minen werden immer pink sein Oder sollen wir sie Nehmen wir jetzt was Die Minen machen wir Gelb So Die machen wir so gelbgrün Ich war das doch jetzt gerade eher ne Ach kann ich ja gleich auf der Ach egal Ne ist eher gelb Hab ich gerade einfach nur ein bisschen komisch geguckt Ja Ich muss eh mal gucken ob ich eventuell dieses Intro Was ich Also ich hab so ein Intro Für diese Aufnahme hier geplant Ob ich das durchgesetzt hab Darum hab ich auch am Anfang nichts dazu gesagt Aber Ich hab vor so ein Intro aufgrund meiner Lungenentzündung zu machen Also nach dem Motto so Ja ich steh auf Und dann so Ich muss The show must go on Oder so Also was so in die Richtung Und dann setz ich mich halt an den PC oder so Mit irgendwie so meinem Let's Play Outfit Was ich ja habe Ich let's play ja immer nur in einem T-Shirt Das ist äh Hey 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 Dieses Lied hab ich aus der Playlist geworfen Da muss ich da mal kurz jetzt gleich raus Switchen Muss ich so oder so mal Und mal ganz kurz hier gucken Warum Minecraft so leicht laggt Mag ich nicht Mag ich nicht So Gut Wie gesagt das mach ich jetzt gleich mal Gut das mach ich jetzt mal Wir sehen uns also Hey Jetzt Framerate Oh man Framerate Danke Gut wir sehen uns dann gleich noch Heieieieieiei Das mit der Musik Da bringt mich noch rum Gut Denn diese Musik Ja das ist jetzt ein anderes Lied natürlich Äh Denn die Musik Die da gerade noch so angefangen hat Vor ein paar Sekunden Die kommt nämlich nicht von Incompetech Äh Punkt Kom Bzw. von Kevin MacLeod Ja Das war äh Mein Problem Da hätte ich jetzt noch jemand anders erwähnen können Gut Schlimm wäre es nicht gewesen Also Äh Den Namen hätte ich auch noch gut einbringen können Weil Das Lied gefällt mir an sich einfach sehr gut Aber ich bin einfach faul Bei Minecraft wird eh die Beschreibung Äh Immer sehr gut ausfallen Denke ich mal Weil man hier halt Hier macht es mir Also zumindest in den momentanen Folgen Recht viel Spaß Die nochmal anzugucken Da mein Commentary Hier recht gut ist Finde ich Ähm Meine anderen Folgen Gucke ich mir zwar auch an Aber Immer erst so ein halbes Jahr später Und ein halbes Jahr später Dann äh So was rauszuhauen So nach dem Motto Ja Heute gehen wir da runter Äh Ich meine natürlich Vor einem halben Jahr Sind wir in die Höhle gegangen Ich schreibe halt nur Jetzt die Beschreibung So Äh Das macht Ja Macht man halt nicht Also muss ich auch mal gucken Wie ich jetzt Zeit hab Und so Also Ich hab ja jetzt erstmal Ferien Ich bin eh noch ein bisschen Von der Schule freigeschrieben Das ist jetzt noch alles Vor den Osterferien In NRW Ne Muss man natürlich auch nochmal sagen Äh Nehme ich hier grad noch auf Ich hab jetzt heute Gerade mal die erste Folge So gesehen hochgeladen Äh Ne Die zweite Die zweite Die zweite Die zweite Stimmt ja Also Folge 39 So Aber die zweite In dieser Welt So Gut Ähm Ja Ich weiß nicht Sollen wir mal Äh Runter gehen Beziehungsweise ich markiere mir das mal hier Waypoint At Mine Zwei Äh Gelb Ach so Das ist grün Ja wie macht man denn Wir waren nochmal gelb Ist er doch ne Dachte ich mir Gut Okay Übrigens also wenn jemand hier Äh So Lieder erkennt So Lieder erkennt Die Gronkh auch verwendet Ne Müsst ihr mir nicht schreiben Denn soweit ich weiß Verwendet der nämlich auch Äh Hier Die Musik von Kevin MacLeod Zumindest zum Teil Nicht alle Oh Schon wieder das Lied Aber ich find das vom Beat Recht Cool Ich lass die Dinge Aber noch so ein bisschen stehen Meine 13 reichten An Zuckerrohr Hand für sich schon Böde 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 Lalalala Lalalala Lalalalalala Lala Ah Falscher Beat Lalalala Lalalala Nämlich Ich find wir haben ja auch ne schöne Welt Schön viele Bäume Ich mag schön viele Bäume Natürlich auch ab und zu mal so ne größere Wiese oder so Wär natürlich auch mal hier ganz schnieke Muss man ja auch mal dazu erwähnen Ach Wieder Hundis Ne Leute Tut mir leid Ich hab schon zwei Hier möchtest du ein bisschen Zuckerrohr Ne möchtest du nüt Hau mal ein bisschen auf den Boden So Ähm Ja Wie geht das denn jetzt hier Ich bin eher am überlegen Noch wegen dem Text Ja wegen dem Texturenpack Äh Bin ich hier noch am überlegen Äh Ob ich da vielleicht auch mal Äh Mal andere nehmen Soll oder ob ich hierbei Bleiben soll Ich weiß es klingt jetzt komisch ne Also So nach dem Motto so Was der will bei einem Texturenpack bleiben Das ist ja total Unab Also der hat hier keine Abwechslung mehr an drin Das ist mir bewusst Aber das wäre dann mit Absicht Denn Manche Blöcke sehen ja in anderen Texturepacks komplett anders aus Und jetzt stellt euch mal vor Und jetzt stellt euch mal vor hier Ich nehm jetzt ein anderes Texturepack Und da sind die Dinger hier braun Also so komplett braun oder so Das sieht ja dann auch scheiße aus Find ich Ne Und äh Darum bin ich halt so ein bisschen so am überlegen Hallo Hundi Tschüss Hundis Nein Ich muss hier was weg tun Hallo Wird es Nacht Erneute Frage Wird es Nacht Notch Wird es Nacht Oh großer ehrwürdiger Notch Wird es Nacht Oh sorry Immer diese Lags Immer diese Lags Die nerven langsam Wo Nein Äh Was ich nämlich machen will Ist Äh Haben wir keine Kohle oder was Doch da haben wir genug Kohle Ich dachte auch schon 16 Das müsste reichen Nehmen wir dann auch noch lieber das Und jetzt machen wir so Hupsala Gut Erstmal Ein 64er Stick fackeln Jetzt noch so So Und jetzt So Jetzt gehen wir hier noch hin Machen uns hier Äh Eine Eisenspitzhacke Warum nehme ich mir denn dann 4 raus So Ich habe auch ein bisschen falsch gerechnet Irgendwie Die ganze Zeit Also War so ein bisschen Geistesabwesend Wegen der Musik vor allem Die nimmt auch so ein bisschen Konzentration Ne Hundis Ihr kommt Nicht mit Yeah Das ist jetzt Äh Passt jetzt nicht so super Finde ich Aber gut Also gerade zu der momentanen Situation Hier nehmen wir mal noch Zertblöcke mit Hundis Wünschet mir Glück Ja ich hab dich lieb Ja Ja brrrr Ja brrrr Ja brrrr Ja brrrr Also Zur Erklärung Ich möchte jetzt In die Höhle Also in eine Höhle Ich hab das Gefühl Dass jetzt das Spiel Viel zu laut ist Aber scheiß drauf Ich laufe jetzt In der Höhle Machen wir aber die Monster an Das heißt ich muss nochmal kurz zurück Und Was zu essen mitnehmen Zumindest sollte ich das machen Gut Wenn ich Zombies Ach ja und Schwerter Rüstung kann ich mir nicht machen Beziehungsweise wenn ich mir eine machen würde Dann würde ich ja aus Äh Eisen eine machen Und das wäre dann auch scheiße Ich mach mir aber jetzt hier Zwei Schwertchen So Sollte ich Nein Nein ich nehm keine Sticks mit Ich möchte auch jetzt keine drei Stunden Oder so eine Höhle Upsi Ich möchte halt einfach nochmal kurz eine Höhle Kurz Hallo sagen Und danach direkt wieder raus So nach dem Motto Und jetzt mich beeilen Damit Dieser Ekelhafte Regen aufhört Och guck mal ein schwarzer Hund Das ist Blackbird Wir haben ja mit dem Bert Und das ist Blackbird Sag ich ja Er schien aber gerade Whitebird mal kurz zu sein Also der normale Bird Bird Bist du da Bird Ja du bist Schwein Bird 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 Ernie Ah jetzt weiß ich wie wir unsere Hunde nennen Ernie und Bert Ist doch vollkommen scheiße aber Vollkommen gut Nein Bert und Bertha Drei Zwei Eins Bertha Guckt euch das Let's Play von Holly Also das Das Holly LP von Holly an Äh ne anders Äh das Das Alan Wake Let's Play von Holly LP an So Schaut es euch an Es ist geil Es ist witzig Es ist enorm Geil Es ist enorm Witzig Ich kann es immer nur wiederholen Der Junge verdient mehr Aufrufe Obwohl er 9000 Aufrufe bereits hat Äh 9000 Aufrufe 9000 Abonnenten Davon Habe ich gesagt hier ist eine Mine Ich hoffe dass ich das hier unten meinte Das sieht nämlich spektakulärer aus als das da oben Hey Ja Das sieht wirklich spektakulärer aus Sag ich ja Sehr spektakulär Nein ich hoffe doch mal dass ich jetzt das hier oder so meinte Ja ich meinte das hier Wuhu Playlist wechseln